Heiliger Geist, du rufst uns, neu zu wählen und wahrlich zu hören, rechtgesinnten Geistes zu sein, in tiefster Ruhe, in Gott. Denn Gott kennt uns nur im Frieden und das ist unsere Wirklichkeit. Es sind Gottes Gaben, die auf unserem inneren Altar leuchten und gegeben werden wollen, geschmückt mit der Blume der Vergebung, der weißen Lilie, die sich so mächtig in voller Blüte offenbaren möchte. Heiliger Geist, du willst, dass wir uns in aller Schönheit, Lieblichkeit und Reinheit, so wie Gott uns schuf, so wie er uns liebt, zeigen. Hier in diesem liebevollen, lichtvollen, heiligen Augenblick. Wir wissen nicht, wozu irgendetwas dient. Es dient zu unserem Besten, denn Gott ist unser einziges Ziel, ist Tatsache, ist Ursache. Danke so sehr, Heiliger Geist, in Ewigkeit. Amen. Danke. Blessed today. Danke. 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 Wenn da kommt, dannjciech, finde ichб мutsch. Das bezigliche Bewusstsein. incredibly driverivamenteiße. Danke.